Herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Shenk. Wir hören da auf und machen es jetzt mal auf, beim Write. Ich habe diesmal den Ton etwas leiser gemacht von Shenk und das Mikro ein bisschen nauter bestellt. So und auf gehts. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach unseren Freundinnen bzw. nach dem Mörder. Bastard. Naja, komm weg. Gibt's noch? Naja, ein kleiner Glitch-Stau. Gibt's noch? Gibt's noch? So Значит b stand und kopfschelt mich nicht… Mal sehen wann ich erstmal richtig los 원… Buuu… Okay. Das ging ja. Ich will nicht wissen, wie es dann noch fort ist. Da stand ja dann in der Beschreibung, dass die Gegner ja noch ein bisschen härterer sind. Das sind Themen jetzt nicht her. Aber, naja. Ich denke mal eher, dass es dann für die Postgegner geht. Achso, ich habe vergessen zu sagen, das letzte Mal, dass man auch die Gegner... Ja, von hinten, weil ich ja auch ein One-Hit machen kann, also ein One-Hit-Cab. Aber das passiert eher selten. Also, dass ich das man kriege. Das kenne sich ins Gesicht. Oh, ne, keine Hunde da. Und dann noch große. So ungefähr. Oh, was war denn das? Oh, der Köder. Aber, naja. Ich habe wahrscheinlich in dem Spiel, das mit den nervigsten Gegner. Das war das. Und wenn ich ja den Spielen brauche. Das war ja auch so. Oh, der Team in der Zeit. Also, wir sind das. Es gibt noch schlimmere Gegner, wie es ist. das gehört doch aber dass wir dann schon mitkriegen welche das sind manchmal würde mein control und ich will ich komme mit hausse Und hier alle drei. Boah. Ja, das war ein bisschen unklar. Ja, das war ein bisschen unklar. Ja. Ich kann mich immer noch über die Fratze von den Bayern hier. Ja, dann müssen die Reketten, die loslegt. Und wir müssen auch aufpassen. Das hier nicht von der Scheiß-Dings-Vereine. Scheiß Zug, das ist auch nicht alt da. Oh Gott. Naja. Und wir sind hier immer noch... Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Und wir sind hier immer noch... Oh, ne. Okay. Hier verkacke ich auf jeden Fall. Jo. Jetzt gehts los hier, Raketen ausweichen, das habe ich hier privat 3-4 mal gemacht, wenn nicht sogar noch mehr, aber es läuft gerade richtig gut zu dem gut Da sind hier wirklich nur die Granaten, die Typen dazu Oh ja, ist klar, da hoch noch. Das wird so ein Part mit Fails. Nicht so schön gemacht, aber naja, besser als nix. Oh ja, reinlaufen. Ist das so da? Das gibt's auch nicht, wo ich es in den Ast. Komm, komm, komm. Ey, das ist nicht wahr, oder? Oh, ich hasse es. Wirklich, wie die Pest. Im Astendurchlauf, echt. Natürlich, jetzt, oder? Keine Granaten mehr. Keine Granaten. Keine Granaten. Keine Granaten. Vielen Dank. Ich habe keine mehr Döwe. Sieht doch schon gut aus. Noch. Mal schauen, ob es so bleibt. Ja, die letzte Granate. Oh. Ich das hasse immer. Diese Scheiße. Ich habe keine mehr Döwe. 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 Dann nehme ich ein Köter. So. Jump Run Card. Lass mal eine Weile. No. Coffield. Na komm. Sonst machst du es auch. Ich habe keine Döwe. Ich bin uns Macheta. Hm. Ich zeig's euch mal. Ich bin aber eher für eine Kettensäge. Ich bin schon mal der Kettensäge. Action Time. Erstmal Munizum gespart. Boah, ich wusste es. Ich meine, du kriegst du. Oh. Komm schon! Komm schon! Stopp. Oh. 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 Ich nehme eher das und die Schrotflinte. Das muss am meisten lohnen. Hey, ich bräuchte mal was Heilung. Und das ist ganz schön dringend. Ach, da ist er nun schon mal. Ja, ja. 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 so wir kommen langsam unserem ziel näher aber ich schaffe es nie wieder das scheiß kommt und das nervt wie die Pest naja muss ich den extra drücken kauft euch bei steam oder schenken es lohnt sich eigentlich den kauf hier es macht einfach nur spaß hmm naja das ist jetzt mal alles beim ersten mal gespürt den großen toll na endlich das ist schon mal nicht mehr nervig so schenken das ist 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 Oh, was neu ist. Ja, ich weiß es. Oh, Mann. Oh, er packt uns da noch. Boah, selbst da oben. So. Boah, ich kann noch reinspringen. Hm. Manchmal klappt es ordentlich, manchmal nicht. Ich mach den Bau zu lang, bis ich den geschafft hab. Hm. Hm. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Na, komm. Na, endlich. Hm. Verdammt. Ich glaub, er macht's dann nochmal genauso. Oh. 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 Endlich. So, und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bye, bye.